ein neuer video deal am start ihr seht schon wir haben ein paddel dazu von lamar das ganze ist in der höhe verstellbar je nach körpergröße kann man das einstellen und dann hat man das richtige paddel wozu zu diesem unglaublichen stand up paddling board das mega stabil ist ich weiß nicht kann man das sehen also ich habe 100 kilo man sieht das ist schon richtig bombe 2 meter 90 lang 75 breit und 15 stark soweit ich weiß ja wohl 15 zentimeter stark und das hält einen großen mann wie mich natürlich locker auch aus und man kann hier super stand up paddling machen und stand up paddling ist jetzt nicht nur was für den sommer sondern stand up paddling so ist es übrigens verpackt kann man das sehen hier guck mal so ein riesen set ja da ist ja auch übrigens alles drin da ist nicht nur die paddel drin ich lege die jetzt lieber mal hin sonst fällt mir die gleich auf den kopf dann ist noch ein rucksack drin für seine sachen und dann ist der große rucksack noch dabei da passt das stand up paddling board easy rein ventil da hinten aufmachen von hier zusammenrollen reinstellen das passt dann genau hier in diesen rucksack rein dann haben wir noch taschen und platz genug für damit es nicht verloren geht die viele zwei sind übrigens hinten dran zeige ich gleich die beschreibung was wie wo mit der garantie karte und so weiter und so fort alles in deutsch und ein set mit reparatur da darf sich dran riechen da ist der kleber drin weil er wüsste so also das ist damit dabei und das schöne ist in diesem ganzen set dass man es mal gesehen hat von unten ich lege das einfach mal hier rüber das natürlich super leicht zu transportieren und man kann das ohne probleme in die hand nehmen richtig stabil ich weiß ich kann hier hoch ja schon mal hier sind schon zwei finnen die sind fest dran und die dritte finde ist die dann hier noch dabei kommt für 149 euro haben wir das ganze ist auch noch dabei mit manometer richtig große pumpe da kann man sich entweder die haare mit füllen fett absaugen oder man kann das bord mit aufpappeln so und da ist manometer drin also richtig cooles teil die passt natürlich alles mit in diesem rucksack und das teil hat 399 euro gekostet ja von lamar markenhersteller können wir gerne online schauen und jetzt kommt es gibt nämlich schon ein bonus bei der ganzen geschichte weil viele sagen jetzt 119 euro gibt es überall überhaupt nicht billig wart ab wir zeigen dir was billig ist gibt es einen haken aber einen richtigen und jetzt guckst du das ist nämlich im segel dann kannst du nämlich auch gleich windsurfen damit ja den steckt man hier mit drauf dann hast du hier ein komplettes surfboard guck dir das bitte an und dann kannst du nämlich surfen damit ja kannst du windsurfen kannst du richtig gas machen kannst du üben kannst du machen kannst du tun und da kann man wie gesagt stand up paddling oder ein surfboard und das gibt es nirgends von keinem hersteller unter 300 dann ist 149 der halbe preis und jetzt schon bitte an geschenke weihnachten denkt auch hier das ist natürlich luftgefüllt kann man luft rauslassen dafür war der kleine rucksack übrigens deswegen wollte man sich verraten am anfang das ganze set 149 euro plus 7 euro versand das ist bescheuert billig denkt dann weihnachten denkt an geschenke denkt an die dinge die ihr vielleicht selber schenken wollt das wäre doch ein schöner artikel um sich selber zu schenken und man kann ihn heutzutage überall mit im urlaub nehmen als sportgepäck das ist heute alles bezahlbar der rucksack hat die maße dafür oben unten hinten vorne klicken und ich sage euch was eins davon ist meins und so sieht das ganze set dann aus im karton so wird der verschickt der karton da kommt ein adress auf die wir drauf der herr meyer hat bestellt in die mustermannstraße und ab geht's guckt euch mal an und zwar ist das von der firma ksr group gmbh in austria also aus österreich schaut euch an oben unten hinten vorne klicken da 100 stück weg dann weg